So bekommst du alle Art von Pasta perfekt mit dem Thermomix hin. Wir starten mit der Grundlage. Das sind immer 1500 Gramm Wasser. Die geben wir in den Mixtopf. Dann geben wir 1 bis 2 Teelöffel Salz dazu, sowie 10 Gramm Öl. Das ist sogar optional. Dann erwärmen wir das Kochwasser 10 Minuten 100 Grad. Bei den Spaghettis ist es so, durch die Deckelöffnung 10 Minuten 90 Grad Stufe 1. Und sie drehen sich perfekt ein. Also da braucht ihr auch nichts mehr zu machen. Nach der Garzeit einmal in einen Sieb umfüllen und fertig. Da bleibt auch nicht viel am Messer hängen. Schaut euch das mal an. Jetzt kommen wir zu den Nudeln. Da können wir bis zu 500 Gramm direkt in den Mixtopf geben. Immer die Packungsanleitung der Kochzeit beachten. Nach dem Kochen einmal umgefüllt und auch die sind perfekt fertig. Dann haben wir die Art der Mini-Nudeln, ob es jetzt Buchstaben-Nudeln sind oder kleine Nudeln für den Nudelsalat. Die geben wir direkt in den Gareinsatz. So bleiben dann auch keine Mini-Nudeln unter dem Mixmesser, zwischen dem Mixmesser kleben. Und das Kochen kann ganz einfach passieren. Nach dem Kochen können wir die Nudeln ganz einfach rausholen und einmal umfüllen. Fertig. Tschüss. Vielen Dank.